hey leute nur zur info jetzt ich werde die meisten video mit musik video drehen und ja genau nur dass ihr es halt wisst das video ist auch jetzt ganz kurz das ist jetzt schon wieder vorbei also bei leute das war es also nur dass ihr bescheid wisst nicht dass jetzt komisch findet dass ich halt so viele ja musikvideos machen also bei leute vergisst nicht mich und bei der schleich zu abonnieren